In, äh, in, in, äh, in. Hier geht's noch weiter. Oh, nochmal Kisten ohne Ende. Da ist doch bestimmt noch mal ein Herz dabei, jawollo. Und ein Spiegel. Der bringt uns wahrscheinlich nochmal weg hier. Und jetzt, ah, verdammt. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Da wäre noch was gewesen. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, okay. Man kann hier leider keinen Anlauf nehmen und dann... Das haut nicht hin. Okay, dann gehen wir jetzt in den Spiegel rein. Das werden wir wann anders noch erkunden. So. Jetzt sind wir hier. Und wir müssen da hoch. Okay. Die Herren wieder. Aber wir müssen da lang. Ja, ich warte lieber ab. Jetzt haben wir unsere schönen vier Herzen und unsere zwei Leben. Die möchte ich gerne zum Endgegner mitnehmen. Oh. Weil er jetzt hinter der Kugel stand, hat das nicht geklappt. Okay. Aber dann eben so. Zack, 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 zack. Der positioniert sich gleich richtig. Wunderbar. Der wechselt gerade ein bisschen hin und her. Aber da hinten geht es schon hoch. Und dann sind wir auch schon so weit. Ja, chillig mit dem Stock herumwirbeln. Ja, der braucht jetzt hier ein bisschen lange. Aber ich warte lieber ab. Bevor man hier dann Leben verliert. Lieber ein bisschen länger brauchen und dafür sicher sein. Den hier unten brauchen wir nicht kalt machen. Aber den hier und den nächsten gleich auch. So. Und hier müssen wir hoch. Hier geht es nicht mehr weiter. Aber diese eine Stelle da ist. Ja. War ich hier schon drin? Ja, genau. Hier habe ich das extra Herz bekommen. Ja, genau. Okay. Alles gut. Tschüss mit dem Herrschaften und jetzt hoch hier. Ja, und hier muss ich rein. Und hier ist der große Spiegel. Und damit gehen wir jetzt zum Endgegner. Auf geht's. Schau auf die Ducks. Ich habe das Riedel. Oh, was Riedel, Unca Scrooge? Boys, ich dachte, ich habe gesagt, ich habe mit Webby zu bleiben. Sie sind mit mir zu bleiben, Unca Scrooge. Ich bin gerade hier. Oh, was ein schönes Schild. Hi, Lass. Und wenn ich richtig bin, diese Spiegel will reveal den Foul Perpetrator behind all these shenanigans. Magik. Magik. Hey, Gundl. Magik at the Spell. Ach, I should have known you'd be behind this. Oh, Scroogey, my old friend. You wouldn't believe how much fun it is watching you run around making a fool of yourself. What? Oh, you really don't think you need ancient sorcery to find Coin of Lost Realm, do you? No, I had Beagle Boys hide paper scraps to throw you off trail. Why, you sneaky, conniving. Please, save compliments for garden party. What garden party? The one I will throw in celebration when I get home with Lost Coin. So long, fools. Die sind sehr schön. Du hast es gesagt, Webby. Okay, du Kinder, bleiben hier. Ich werde diese Wäsche nachlesen und geben sie ein Stück von meinem Geist. Jump in there. Mr. Webby geht natürlich noch weiter. Dieser scheiß Geist. Ja, natürlich hat er mich noch erwischt. Aber hier haben wir schon gar keine Musik mehr. Das ist jetzt schon sehr spooky. Ach, komm schon. Ach, ich gehe jetzt einfach so schnell wie möglich durch. Wenn mir jetzt ein Geist taucht nicht auf und wenn der hinter mir ist, ist alles gut. Hi. Mal schauen, was sie drauf hat. Wow. Ah, ich habe nur noch ein Herz. Das wird eng. Jetzt kommt sie als Vogel an. Oh. Bitteschön. Sie ist wieder da hinten. Oh, verdammt. Jetzt habe ich spekuliert. Aber sie erhöht dann die Anzahl von diesen Flammenstrahlen. Ich muss diese Kisten nutzen, weil da ist dann immer schön was drin. Ja, komm her, du scheiß Vogel. Voll auf die Fresse. Und drauf. Und jetzt? Oh, 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 oh. Oh. Boah. Ah, verdammt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, verdammt. Ich gehe hier gerade so unter. Ich kann hier schon einige verpassen, bloß ich werde es mit dem einen Herzen nicht mehr schaffen, glaube ich. Es ist ja geil, dass sie in mehreren Gestalten mich attackiert, aber naja. Ah, nee. Das war jetzt dann zu knapp. Okay, nochmal. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich es halt nochmal neu machen. Ach, komm. Er nimmt das Spiel dann sehr genau, wie man sie trifft, obwohl ich eigentlich draufgesprungen war. Aber die steckt ganz schön was ein. Das sind vier Feuerstrahlen, das muss ich aufpassen. Ah, da hatte ich gar keine Zeit mehr hochzukommen. Ach komm schon. Das kriege ich auch noch schaden, weil die da steht. Das wird nichts mehr. Ne. Schade. Also Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen, ich werde jetzt das Level nochmal spielen und werde euch dann den Endgegner nochmal extra zeigen und da werden wir dann die nächste Folge starten. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Das Level ist ja super gelaufen, bloß beim Endgegner hatte ich ein paar Schwierigkeiten. Haut einen Daumen rein, lasst ein Abo da, ich freue mich aufs nächste Mal. Schaltet wieder rein, wenn es heißt DuckTits Remastered hier bei Intune Records. Bis dahin, stay tuned!